hi mein lieben willkommen zu einem neuen video ich dachte mal ich zeige euch mal was ich so vorstücke denn es gibt tatsächlich nur eine option zum ob es berg und zwar das hier das einmal hier eingeweichte hafer dann folgen bananen und dazu kommt noch diese leckere haben die ich nicht bereits gestern gemacht habe die wird einfach hier noch drüber gegossen und dann habe ich mein rohkostmüsli die tollen früchte die ich trinken und dann und die malbeeren und die rosinen sind also zu prägenzfrohkostqualität meine amtsmilch ist ein abgerundetes rohkostmüsli auch ganz ohne flocke maschine die ich noch nicht habe aber wenn ihr den hafer über den tag und über die nacht davor einweichen lässt dann ist ja auch ziemlich weich und dazu geeignet um die müßte zu essen dann wenn ihr wollt viel spaß beim nachmachen und wir sehen uns beim nächsten video tschau leute macht's gut